Willkommen zurück zu South Park beim letzten mal haben wir wieder ein wenig den City Ninja Service umgehauen dazu zum Ende hin eine neue Beschwörung bekommt zwar classy was haben wir noch gemacht ach ja wir waren hier an dem See ganz links ich habe hier leider gerade kein Pfeilchen oder wir machen es mal so dann haben wir einen Pfeil da wollen wir hier an dem See haben Seemann Seemann ja nicht Samen Seemann haben wir geholfen der so einen schönen Fisch hier hatte unten irgendwo was und ja den seine Mutter sollte in den Himmel ja und da musste man dann mit einem furzenden Einhorn irgendwie das ja das Schloss den Himmel das Tor erreichen super fand ich das ach ja und neues Kostüm haben wir natürlich auch bekommen eine Tauchausrüstung so aber wir schauen jetzt erstmal hier nach was bei den Freedom Parts Neues gibt gab es hier eigentlich noch irgendwas Spezielles wartet mal hier ist ein Telefon das kann man benutzen oder ne wurde aber gelb angezeigt so ein bisschen na gut und die Küche hat mal erinnerst du Trapper Keeper klar ich erinnere oh ja fand ich toll ich erinnere erinnerst du den Angriff auf die Schule im letzten Spiel oh ich erinnere das war toll das stimmt die hat man auch schon okay ich muss gerade überlegen hat man das schon mal hat man es nicht aber das hat man schon mal mit die Schule ja ich erinnere ich erinnere ach ja hier waren wir auch schon ne okay dann können wir wieder ganz normal in das Versteck der Freedom Parts was gibt's Neues ah er ist Fudge der Plan ist weg man Timmy's Franchise Plan man kann ja kaum noch was erkennen die kommen wohl in der Nacht und haben das Sicherheitssystem geknackt Timmy der zum Teufel tut sowas ich wette das waren die Sechstklässler nur die haben so wenig Stil nein das war jemand der uns persönlich treffen wollte Lassiri eine neue Videonachricht spiel sie ab Vollbild wo sind wir hier hey das sind doch wunderbar selten das ist eine Nachricht an Coon & Friends oh fuck verdammt sieht aus als hätte ich was das der Neue will trifft dich gut denn der Neue hat was das ich will Connor dieser Hurensohn ich hätte dir einen Handel anzubieten wie sieht's aus Neuer hör zu Junge Mann du steckst in großen Schwierigkeiten wenn hör zu junge Mann du steckst in großen Schwierigkeiten wenn ja der schlägt nicht hast du das gesehen geh nach draußen und mach dann genau was ich dir sage oder du siehst deine Eltern nicht wieder und eil dich sonst gibts noch mehr hiervon ja na 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 ha na 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 vender arsch woß wehe Junenkeit Wunder args Eltern wo sind sie woher soll ich das wissen scheiße du steckst dahinter du hast Wunderarscht Eltern entführt weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Hearts ankotzt. Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer. Sagt's ihm, Leute. Du hast fünf Sekunden, Cartman. Ich bin auf deiner Seite. Wunder, Arsch. Du glaubst mir doch, oder? Ich beweise meine Unschuld, Lixer. Los, schnappen wir uns den fett Arsch. Und Butters bleibt einfach stehen. Was willst du denn? Hä? Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Was denn nun? Jetzt sag mir nicht, ich kriege die ganzen Dinger geschenkt. Hallo? Ja genau, jetzt kann ich von... Jetzt kann ich jede Klasse beherrschen. Jawohl. Ich glaube, es hackt. Was wird man überhaupt mal machen? Wir können ja jetzt so Eingriss durchprobieren. Ich finde ja vom Pflanzenmagier die Heilung und Wurzelknall recht geil. Das Problem ist nur, was können wir noch verwenden? Eigentlich das Ein-Eisen ist auch recht annehmbar. Blendblitz. Dieser skrupellose mentale Angriff fügt einem Gegner Schaden zu und verwirrt ihn daher aus dem Nachdenken über die Besettung des Glitters nicht mehr herauskommt. Aha. So ein Psy-Shield ist natürlich auch geil. Hm. Cyborg. Eigentlich gefällt mir das momentan so, wie es eben ist. Also ich würde eigentlich nicht großartig was austauschen wollen. Man könnte vielleicht ganz Zeiten für einen neuen Angriff nehmen. Wie sieht es denn beim Pflanzenmagier nochmal aus? Oh, noch mal. 3, 2 und sofort. Also das kann man immer sofort einsetzen, so wie es scheint. Puh, eigentlich passt das so, würde ich schon fast sagen. Drachenkraftschlag könnte man. Hm. Könnten wir auch eigentlich mal was anderes ausprobieren. So ist es nicht, aber wie gesagt, die momentane Skillung, wie sie jetzt ist, gefällt mir recht gut. Vor allem, weil wir in der Gruppe keinen großartigen Heiler haben. Bis auf Tweak vielleicht. Ich weiß aber gerade nicht, ob der das rund um die Uhr einsetzen kann. Und wir haben ja hier einen recht großen Gruppenheal. Da wir eh größtenteils auf Distanz gehen, wäre der Einzige, der uns wirklich hilft, der Elementarist. Oder halt noch der Blaster. Nö, ich würde sagen, wir blasten das momentan, obwohl wir wirklich die ganze Auswahl gerade zusammen haben. Ja, ich kann alles. Suche draußen nach dem Kunden. Einkaufen. Magnetmeisteranzug. Kessmeranzug. Weiberanzug. Weiber kennt man, glaube ich, aus dem, war das jetzt Marvel oder DC-Universum? Oh Gott. Scheiß, noob. Das war das. Fein scheißig. So war... Könnte sein. Hm. Gibt's einfach nichts. Das ist schon blöd, dass das... ...sabotiert wurde. Vor allem Cartman. Ja, ja. Komm, lass mal... Was mit dir? Ich hab auch schon gemeine Sachen getan, aber Mitch Conner scheint echt eine fiese Socke zu sein. Dass die echt alle glauben, dass das... ...oder bloß er hier, dass das Mitch Conner ist. Genauso wie Cartman. Ja, mach mir noch eins. Hatten wir schon eins? Tatsächlich, hatten wir schon. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Hm. Cartman, wo bist du? Mein Alter. Rück sie raus. Du dreckiges Schwein. Jetzt sofort. Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst. Und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Ja, ja. Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell. Tick-Tack, Tick-Tack. Tick-Tack, Tick-Tack. Tweak, also links rum. Äh, rechts rum. Verdammt. Ja gut, von hier, äh, unserem Helden aus gesehen, war es links rum. Das stimmte schon mal. Warum gibt's hier eigentlich kein Nudellahn in dem... ...Örtchen? Gott, die sind genauso stark. Oh! Oh! Nicht alle. Kampfhorteil? Uh, knapp. Zwei sind zumindest angewidert. Das freut mich. Blakkei des Monats. Und wie gehen wir zwei vor? Sie würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Diese hässlichen Kommentare wieder von mir. Selbst bei frühen Dr. Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Lauf heim zu Mama, du Schwachmacht. Kann ich mir vorstellen. Lauf heim zu Mama, du... Was? Warum? Warum haben wir den jetzt schon wieder geschlagen? Ich verstehe es nicht. vor dem Chaos-Dummkopf. Ah! Kann mal jemand das Blut aufwischen? Nein. Was für ein Blut? Hier war kein Blut. Was hier? Nee. Das? Nee. Äh. So. Blitzzeit! Oh! Ihr kleines Kumpel-Kumpel-Lehrer solltet mal an euren Stunts feilen. Du solltest mal die Schnauze halten. Tun wir mal überspringen. Da wird da wenigstens geschockt. Hoffe ich mal. Eine Zeit anumaliert. Jawohl. Es ist soweit. Ähm. Hm. Noch mal so. Ich bin mit Gold. Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Hättest du blocken sollen? Hab ich doch. Der Scheiß ist hier. Siehst du mal, blocken. Stimmt. Jetzt wurde er sagt, blocken gibt es ja auch in dem Spiel nicht. Aha. Gut zu wissen. Also im ersten Teil konnte man immer noch blocken. Aber hier ist es ja nicht. Hey, sind das echte Special-Effekt? Nein, echte. Du blöd Pfosten. So. Stimmt. Die können wir jedes Mal einsetzen. Was? Ich habe nichts gesehen. Jetzt können wir auch den Zeitwurzen einsetzen. Nein. Ungültiges Chaos. Meine Sturmwinde soll dich bestrafen. Ähm. Ich würde gerne einmal wiederbeleben. Danke. Oh, was denn da? Ich bin dein Schutzengel, Munde Asch. Oh, gerade so. Puh. Ist natürlich blöd. Ja, wir müssen heilen. Ähm. Ja, machen wir das mal so. Puh. Massenheilung. Zu mir. Überrennen wir sie. Entfessel das Pass. Was natürlich geil wäre, wenn der gut... Jawohl, Kenny kann bis da oben hin. Dann kann man die wieder gegenseitig in die Luft jagen. Ja. Ja. Nur für uns auch. Und da kommen die Ratten wieder. Juhu. Angriffsmanöver eingeleitet. Bin ein Geist. Supertonado. Geil. Sagt er. Geschafft. Was jetzt? Walkie-talkie halten. Uh, und schon wieder fast Level ab. Viel braucht man dadurch nicht mehr. Na, du Hasenfuß. Wenn du da ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprich ihn an. Typen in einem roten Hemd? Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Der da? Diese neuen Freak. Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kir... Hallo? Ist für dich. So ist es brav, Neuer. Aber jetzt mache ich dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Der Tod kommt in vielen Facetten. Ach nein. Lass mich doch mal holen. Ding, 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 ding. Ha! Du glaubst, du kannst überlisten, Schitty Ninjas? Ja. Oh, glaub nicht, du kannst weglaufen von Schitty Ninjas. Denn weißt du, Schitty Ninjas haben immer einen Plan B. Glaube ich nicht. Du hast viele Feinde gemacht, den Staat Selbstjustizler. Und jetzt? Du musst dich stellen allen gleichzeitig. Gruppenführer, King Giaoma! Sechstklässler, Raisins Girls! Sie klauen uns unsere Jobs! Griebsmännchen! Haha, Selbstjustizler, alle sauen auf dich. Du bereit machen, wir sterben. Diese Selbstklässler wollten bloß Titten sehen und du hast sie gekillt. Okay, Ninja, du zusehen. Das ist ganz spezielle Technik. Du hast meine Freunde verprügelt. Das darf nur ich. Das glaube ich nicht. So, wer ist denn jetzt noch dran da unten? Der wäre noch dran. Die alte da oben. Aber warte mal, das würde sich gerade hier lohnen. Der war gut, muss ich sagen. Interessiert nicht. So, wie sieht denn das überhaupt hier gerade mal aus? Wartet mal mit unserer Beschwörung. Wenn ich hingehe, werden auf jeden Fall alle getroffen. Nice! Es lohnt sich mal. Jetzt verwenden wir es doch. Oh, shit, nein! Ja, bitch, du bist tot! Die anderen Raisinskirts flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Oh Gott. Mysterio. Der darf nicht zu denen überlaufen. Eine Zeit Anomalie. Als wäre ich auf Vibrieren gestellt. Du sagst das. Wir sind in Caves. Hilf den Menschen. Was? Du guter Verbündeter. Gut in Kindertöten und nicht in Koreanisch. Warum kannst du Gift nehmen? Ach, schade. Egal, mach mal so. Keine Gnade. Finger weg von meinem Süßi. Was? Warum? Hier kommt Toperdose. Du bist... Ohne Worte. Lohnt sich das? Ja, das könnte sich lohnen. Weil die ist recht gefährlich. Da sie ja unsere... Oh nein. Da sie ja unsere eigenen Verbündeten... Oh nein. Wunderbarisches Tod. Ah, der hat es auch nicht gleich. Ich zeige euch, wie man richtig auf die Kacke haut. Du vielleicht Shit-Ninjas zeigen, wie das geht. Wir Auftrag verkehlen Kinder. Nicht umgekehrt. Wir kehlen Kinder. Nicht umgekehrt. Ähm. Das würde sich lohnen. Wir werden hier nämlich auch ordentlich verwirrt. Wir werden als nächstes dran. Er da. Hm. Ja, komm, mach mal so. Hat man auch schon lange nicht mehr. Ohne. Nein, bekommst du nicht. So, was mit dir, wenn ich dich jetzt ganz normal angreife? Du könntest theoretisch hinüber gehen. Oder ich gehe auf dieses Fleckchen. Gut, komm, das gleiche bei raus. Muss sogar... Ja, ein bisschen schwächer. Hm. Machen wir mal... Wir bleiben mal hier. Und verwenden aber einen Wiederbelebungs-Tran. Halt die Schnauze. Ich überlege. Hey, hey, hey. Du am Boden. Bleib mir am Boden. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So nun gar nicht. Ich werde mich erst mal heilen. Danke. Ich mische sie jetzt auf. Ja, mische. Misch, 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 misch. Misch du mal. Warum kann ich hier nicht... Weil natürlich Tweek wieder in B steht. Arschloch. Neutralisiere. Nächstes Mal, du umleitenden Schwung von Feind auf Feind. Habe ich doch. Okay, Ninja, du zusehen. Von Feind auf Feind. Willen wir von den Hobo. Oh, nein. Ich werde dich bestrafen. Bestrafen. Bestrafen mich. Kenny könnte ein bisschen Lehm gebrauchen. Und vor allem wird wahrscheinlich auch die Flammen weggemacht. Und... Nein, natürlich nicht. Bleibt. Anders wie bei unserer Heilung es eigentlich wäre. Los, Mensch, beuge dich unseren Vertragsredigungen. Du sterben so gut. Sehr netter Kunde. Finde ich nicht in Ordnung. Der ist immer noch nicht dauernd. Was ist denn hier los? So, mein Kinder, tötet Freunde. Ja, Mann. Du hast es erraten. So, wie sieht es mit euch aus? Ihr könntet noch beide einen Debuff gebrauchen. So, theoretischerweise würde das funktionieren. Ich hätte gerne noch den Krebs gehabt, aber okay. Kann ich lassen. Ist okay. Das war mehr wie ein Rabatt. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich es werden. Ja, kein Problem. Mach mal. Easy. Auch wenn Butters am Boden. Ach, nee. Tweakwasser. Mitch Conorhut. Und? Ah, fast Level up. So, wo ist er mal hin? Ich habe immer noch keine Ahnung. Äh, wo ist denn der Tod präsent? Normalerweise im Leichenschauhaus. Haben wir hier sowas? Äh, doch, wartet mal. Wir waren irgendwo. Gut, das war bei der Polizei. Löse Connors Rätsel. Das ist nicht mal so leicht. Muss ich schon sagen. Das ist... Ach, Lord, ich bin's. Der Tod kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen. Conor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Und hey, danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Hey, ich habe die Ereignisse verfolgt. Ich versuche, Cartmans Position zu bestimmen. Dann tu erst mal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schippt. Okay. So. Äh, Kunstlerquam. Ein Ort, an dem der Tod in jeder Form und Größe erscheint. Geh in den Laden und finde heraus, was sein Preis ist. Hä, warum Preis jetzt auf immer? An dem der Tod in jeder Form und Größe erscheint. Muss ein Laden sein, also... Kannst du das Chaos besiegen? Ja, kann ich. Entworte mit euch. Gute Aktion, Schwab. Ich bin mitten ins Auto reingelaufen. In jeder Form und Größe. Foto-Dojo. Oh Gott. Hier schon wieder. Ja, lass mich in Ruhe. Ich geh mal hier rein. Freedom Pals, hier spricht Super Craig. Keine Spur von Cartman im Park. Und auch keine Spur von Cartman im Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß. Raus da. Ja, ja. So. Gut. Dann würde ich sagen, stellen wir erstmal hier die Suche nach Cartman bzw. dem Mitch Conner ein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu South Park wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020